Musik Bevor wir bei unserer letzten Übernachtungsstation in Breisach tatsächlich den allerletzten Platz ergattern konnten, hatten wir noch eine Nacht an der Winzergenossenschaft in Chuclans verbracht. Musik Als wir dort am frühen Nachmittag ankamen, war der Platz schon gut gefüllt und am Abend dann rappelvoll. Der Platz ist ja schon so oft beschrieben, so dass ich hier auf weitere Ausführungen verzichten möchte. Wir haben uns in aller Ruhe das kleine Dörfchen angeschaut. Chuclans ist eine kleine Gemeinde mit knapp 1000 Einwohnern und liegt im Arrondissement Nîmes, etwa 10 Kilometer weg von Orange, das man ja zumindest von den Autobahnschildern her kennt. Chuclans liegt an dem Flüsschen Sais, das in unmittelbarer Nähe in die Rhône mündet. In dem Dörfchen, dessen Häuser überwiegend aus Feldsteinen bestehen, gibt es einige wirklich schöne Ecken, die man sich durchaus anschauen kann. Musik In der Winzergenossenschaft Maison Siné haben wir dann noch etwas Wein gekauft, den wir vorher verkosten konnten. Mit Sicherheit waren wir nicht zum letzten Mal in dieser Winzergenossenschaft. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020